RfH einfach näher dran Jetzt bei RfH aktuell am Dienstag, das sind unsere Themen heute QCV Helau 11.11. in Quedlinburg, die Narren lichten den Anker auf dem Markt Mit Helau in den Hafen der Ehe, schwunes Prinzenpaar gibt sich das Ja-Wort in Blankenburg Superstimmung auf der Bühne, die Wernigeröder punkten beim Harzer Männerballett-Turnier in Roden Ein Quad-Gerät in Brand, Feuerwehreinsatz in der Albert-Schweizer-Straße in Quedlinburg Beliebter Business-Kombi neu aufgelegt, der Insignia-Sportstourer im ADAC-Autotest RfH, informativ, aktuell, näher dran QCV Helau 11.11. in Quedlinburg, die Narren lichten den Anker auf dem Markt Schirme statt Frohsinn, naja, nicht ganz so schlimm, aber doch ziemlich kritisch für unsere Kameratechnik War diesmal das Wetter zum Sessionsauftakt des QCV Alljährlich starten am 11.11. um 11.11. die Karnevalisten rund um den Erdball in die fünfte Jahreszeit Auch in Quedlinburg konnte man in diesem Jahr mal um 11.11. auf dem Markt die Einstimmung auf die Faschingszeit erleben Auch wenn sich Wolfgang Scheller zunächst noch sträubte und nicht wirklich den Radhausschlüssel rausrücken wollte Haben Sie einen Schlüssel mitgebracht? Nein Haben Sie nicht mitgebracht? Da backen wir uns nachher noch einen Nein Komm nicht rein, das werden wir mal sehen Bis jetzt hat es jedes Jahr geklappt, das wird dieses Jahr auch bestimmt funktionieren Kam er etwas später nicht umhin, diesen an die Narren und insbesondere an Silvia Scharschmidt die Präsidentin des Quedlinburger Karnevalvereins zu übergeben Ich übergebe ganz, ganz offiziell dann den Schlüssel zum Rathaus Geschäftsordnung ist klar, wir haben uns schon ein paar Dinge hier ausgedacht Und hiermit übergebe ich die Schlüsselgewalt und damit einfach die Gewalt in der Jahreszeit Dankeschön und Quedlinburg? Bravo! Gut TV? Genau! Quedlinburg? Bravo! Marco Hering moderierte und schipperte quasi durchs Programm des Vereins, das unter anderem die kleine Roland Skade und die Quedlinburg passend zum Thema gestalteten Denn in diesem Jahr heißt es ja Sonnemeer Aloha He, der QCV auf hoher See Die kleine Roland Skade! Ich schuppe ein Lied für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen Ich glaub ich steh auf dich, ich schuppe ein Lied für dich und kann die Sterne sehen Ich schuppe ein Lied für dich und kann die Sterne aber dann Ich hab ein Lied für dich und dann Ich hab' ein Lied für dich und dann Wo dem Haus cap in Eilmrich das Handwerk gelegt dort wo er, C-R, Klapp, Stoff und Kutschotzeh liegt Wo mein Eilmrich den Poglau zum König gemacht Da steigt heut die heißeste Nacht. Es ist Friedenburger Karneval, im Steinweg und im Montal. Vom Leofil bis zum Edelschall, ist Friedenburgs Karneval. So, die Flippers kommen jetzt, ne, mit nem kleinen Mettli. Die rote Sonne von Babadon, für dich und mich scheint sie immer noch. Mit den Wolken ans Süden ziehen und die Sterne sehen. Die rote Sonne von Babadon, ja dieses Märchen lässt mich nicht los. Und damit die Kamellen nicht in den Fluten versinken, wurden sie diesmal direkt an die Kids verteilt. Mit einem weiteren Programm trotzten QCV und Publikum tapfer dem Regen. Also auf geht's mit Klaus und Klaus! Da steht ein Pferd auf dem Flur, ein echtes Pferd auf dem Flur. Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur schaut mich an. Und zum Glück gibt's ja dann die Prunksitzungen im Februar, wettergeschützt, im Kaiserhof. Superstimmung auf der Bühne. Die Wernigeröder punkten beim Harzer Männerballett-Turnier in Roden. Vöchelisch gut, könnte man dazu sagen, denn die Devil Dancer des Karnevalclub Wernigeröder Auerhähne beteiligten sich mit dieser Performance beim 16. Harzer Männerballett-Turnier vor wenigen Tagen. Das tolle Video schickte uns der Club. Bei diesem vom Roden nach Karnevalsclub organisierten Event belegten die Wernigeröder sogar einen sensationellen zweiten Platz. Tolle Performance und tolle Stimmung wieder einmal in Roden, der Hochburg für Männerballett. Nachdem die Wernigeröder natürlich auch am 11.11. den Rathausschlüssel in ihre Gewalt nahmen, laden sie am 11. und 18. Februar nächsten Jahres zu ihren Prunksitzungen im KIK und am 19. Februar zum Kinderfasching in die Wiesterweg-Turnhalle ein. Dann heißt es wieder jeweils CCW-Mantau. Auch beim Treffen der Harzer Karnevalsvereine am Rosenmontag in Blankenburg sind die Wernigeröder mit ihren Highlights aus dem Programm dabei. Übrigens, der Verein sucht auch jederzeit interessierte Mitstreiter. Wer Lust hat, findet Informationen dazu auf der Homepage ccw-mantau.de Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadt-Werken. Im letzten Auswärtsspiel hat es für die Germanen nicht gereicht. Mit einer 2 zu 1 Niederlage gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig sind sie im Moment auf Platz 9 der Tabelle. Im nächsten Heimspiel muss der VfB Germania Halberstadt gegen den Tabellennachbarn SV Babelsberg 03 auf den Platz. Am Samstag, den 18. November um 13.30 Uhr wird zu dieser packenden Partie im Halberstädter Friedensstadion angepfiffen. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Die Mitte der Woche wird grau und bedeckt. Am Morgen bleibt die Wolkendecke geschlossen und die Temperatur liegt bei 5 Grad. Im weiteren Verlauf des Tages sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt. Trotzdem kommt die Sonne ab und zu durch bei 7 bis 10 Grad. In der Nacht zieht es sich weiter zu und es wird bedeckt bei kühlen 4 Grad. Der Donnerstag wird ähnlich grau mit Höchstwerten bis 9 Grad. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. In Cochlins Amtskeller kocht der Chef selbst. Das Betriebsrestaurant im Halberstädter Landratsamt ist für alle von montags bis donnerstags von 7 bis 14 und freitags bis 13 Uhr geöffnet. Frühstück wird ab 7 Uhr und Mittagessen ab 11 Uhr angeboten. Genießen Sie die mediterrane bis herzhafte Küche ab 4,40 Euro im Wohlfühlrestaurant oder nehmen Sie das schmackhafte und schonend zubereitete Essen mit nach Hause. Wenn Sie wollen, kocht Lutz Kuglin mit Ihnen auch gemeinsam zu Hause und bietet Catering für alle Events an. Jetzt noch größer, noch schöner, noch besser. Monsator in Wernigerode, Ihr Spezialist für Küchen- und Haushaltsgeräte in der Minzlebener Straße. Profitieren Sie von kompetenter Beratung, Verkauf und Küchenmontage aus einer Hand. Entdecken Sie außerdem die Hausgerätevielfalt bei Monsator mit aktuellen Geräten von Miele, Siemens, Bosch, Gaggenau, AEG und vielen weiteren Herstellern. Nutzen Sie auch den professionellen Haushaltsgeräte-Reparaturservice für Waschmaschine, Kaffeevollautomat und Co. Monsator, Ihr Hausgeräte- und Küchenspezialist in Wernigerode, Minzlebener Straße 43. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski Mein Service macht den Unterschied Entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Flüchtiere der Nintendo GameStars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Yippie, yippie, yippie! Aus alt macht neu. Beim Kauf einer Garnitur gibt es auf den passenden Sessel 50% Rabatt. Nutzen Sie das Vorteilsangebot bis zum 18. November bei Möbelmüller in Thale. Und profitieren Sie von erstklassiger Serviceleistung, Gratisentsorgung der Altwaren, kompetente Expertenberatung und 0% Finanzierung bis 24 Monate bei Möbelmüller in Thale. Yippie, yipp! Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën. Und bietet Ihnen besten Rundum-Service zu attraktiven Konditionen. Die Magie des perfekten Lernens Gedächtnistrainer und Lernphilosoph Gregor Staub kommt in die Domstadt. Am Donnerstag, den 16. November, kommt der international bekannte und renommierte Gedächtnistrainer Gregor Staub erneut nach Halberstadt, um Schülern und Erwachsenen Möglichkeiten aufzuzeigen, welche Techniken und Lernstrategien es gibt, um sich vieles leichter zu merken. Wie einfach das geht, zeigt Gregor Staub am Abend allen Interessierten in einer öffentlichen Veranstaltung in der Aula des Käthe-Kolwitz-Gymnasiums. Mit viel Spaß vermittelt Gregor Staub, wie man sich Namen und Zahlen besser merken kann, das Langzeitgedächtnis trainiert, Fremdsprachen leichter lernt und einfach fit im Kopf bleibt. Die Tickets für diese Veranstaltung können Sie in der Grundschule Goethe in Halberstadt für eine Teilnehmergebühr von 5 Euro erwerben. Aber warten Sie nicht so lange, denn die Kapazitäten für diesen hochkarätigen Vortrag sind begrenzt. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gern ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorge-Mix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesen-Bahn. Ja, ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Musik 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 Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist pure. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor zehn Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor zwei Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonatrose. Als der Eigentümer dieser Garage Rauchentwicklung und eine Explosion bemerkte, alarmierte er sofort die Quedlinburger Feuerwehr. Der Grund für die starke Rauchentwicklung war ein Quad, welches in Flammen aufgegangen ist. Die Ursache dafür ist jedoch nicht bekannt. Glücklicherweise waren keine Personen mehr im Gebäude, sodass niemand zu Schaden kam. Die Kameraden der Feuerwehr gingen unter schwerem Atemschutz durch die Werkstatt über einen Verbindungsgang zum Brandort, weil sich das Tor der Garage nicht mehr öffnen ließ. Die Feuerwehr Quedlinburg wurde heute zu einem Werkstattbrand in die Albert-Schweizer-Straße gerufen. Dort wurde festgestellt durch den Eigentümer, dass dort ein Quad brennen könnte. Man hat noch eine Explosion wahrnehmen können, hat daraufhin die Feuerwehr gerufen. Wir haben die Einsatzlage so vorgefunden, dass eine starke Rauchentwicklung aus dem Werkstattgebäude vorlag, haben einen Druck zur Brandbekämpfung in das Gebäude vorgeschickt. Im Werkstattbereich hat tatsächlich nur das Quad gebrannt. Ein Ausbreiten des Feuers konnte verhindert werden. Dank den schnellen Einsatzkräften der Quedlinburger Feuerwehr und der Ortsfeuerwehr Gernrode konnten am 8. November um 14 Uhr größere Schäden verhindert werden. Mit Herlau in den Hafen der Ehe. Schwules Prinzenpaar gibt sich das Jahrwort in Blankenburg. Elfter Elfter, 11.11 Uhr ist in Blankenburg der übliche Karnevalsauftakt. Trotz Regenschauer sind wieder zahlreiche Gäste auf dem Marktplatz erschienen, um den neuen Prinzenpaaren zu huldigen. Mit seiner Rede nimmt BKV-Präsident Frank Wermut die kleinen und großen Unzulänglichkeiten auf die Schippe. Im September wurde ein neuer Bundestag gewählt und bei den Stimmen hat man sich bestimmt nicht verzählt. Wie kann es sein, dass die CDU und die SPD so untergehen, wo sie doch schon so viele Jahre bestehen? Mit der schwarz-roten Regierung ist es nun erst einmal vorbei. Das war die Klittung für ihre jahrelange Parteimauschelei. Die Protestwähler rechneten mit Engies Regierung ab und gaben der AfD ihre Stimme und nicht zu knapp. Liebe Abgeordnete, das sollte euch zu denken geben, hat doch jeder Acht im Land der AfD seine Stimme gegeben. Die Jamaika-Koalition mit den Grünen und der FDP unter keinem guten Stern ich sehe. Die Angela zurzeit sehr viel verspricht. Ob sie es denn hält, man weiß es nicht. Der Scholz, der ehemalige Kanzlerkandidat der SPD, führt nun seine Partei in die Opposition O.W. WKV! 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 Gartenschau des WKV, so hieß unser letztes Programm. Und ich kann euch sagen, es kam wieder hervorragend an. Das Bühnenbild, ein Schwebergarten mit Tisch und Stühle, erweckte bei so manchem Gast sommerliche Glücksgefühle. Einzig und allein, Roland und Marco durften dort sitzen und unter den vielen Scheinwerfern nur richtig schwitzen. Damit sie nicht während des Programms machten schlapp, gab es für sie Rotkäppchen-Sekt und nicht zu knapp. WKV! WKV! Unsere Funken strahlten im vollen Glanz bei der Eröffnung mit ihrem Gartetanz. Schönste Blumen und Vogelscheuchen sah man zu allen Zeiten. Beim Frauentanz gefiel mir vor allem die prallen Oberweiten. Dann fordert der Präsident den Rathausschlüssel vom Bürgermeister Heiko Breithaupt bis zum Aschermittwoch. Dann musstet ihr wieder harren. Wartend auf den Schlüssel der Stadt standet ihr euch die Füße plack. Ich freue mich, dass ihr habt hergefunden. Bei unseren vielen doppelten Straßennahmen musste mancher sicher die Karte erkunden. Wieder ist ein Jahr vergangen. Viel ist passiert, sprachen eben schon des Präsidentens Mund und Wangen. Wachten wir in der letzten Session noch unsere Gartenschau des BKV, war die Antwort der Regierung dazu mauch. Wurde die Lager woanders hin vergeben? Na, dann machen wir unsere eigenen Projekte eben. Unsere Gärten, die werden stets gepriesen. Drum lassen wir uns die Stimmung auch nicht bei diesem Wetter vermiesen. Und schon, da weil heute beginnt wieder die närrische Zeit mit einem neuen Motto. Mit viel Spaß wieder feiern und auch Gemütlichkeit. Wir alle sind ein närrisches Volk mit buntem Treiben. So kann ich mich wieder vor den Majestäten verneigen. Die Narren regieren in der Stadt. In diesem Jahr sind es Franziska die Erste und Sebastian der Erste. Und als Kinderprinzenpaar Len der Erste und Fenja die Erste. Naja, ich bin seit ich klein bin beim Karneval und ja, haben wir uns dazu entschieden, das zu machen. Welche Aufgaben hat man denn da so zu erfüllen? Also eigentlich nicht so viel. Wir bereiten einen Tanz vor und machen die Rede und begrüßen alle. Ja, zum Karneval kommt man, indem man einfach Freunde hat, die total karnevalsverliebt sind. Und dann selber da mit reinrutscht. Seit wann sind Sie mit dabei? Seit jetzt vier Jahren. Und Sie haben sich bereit erklärt, diese Session als Prinz durchzuführen? Genau. Aber auch mit sehr, macht auch Spaß und von daher kann man sich da auch gerne mal engagieren. Und welche Aufgaben hat man da so? Ja, man muss die Versorgung des Karnevalsvereins zur Faschingsveranstaltung sicherstellen. Und ja, außerdem die Begrüßungsrede halten und aufpassen, dass einem dieser Start hier nicht geklaut wird. Ich habe es mir ausgesucht, dass ich gerne mit dem NM das noch machen wollte. Ich habe selber gesagt, dass ich es werden möchte. Ihre Totalitäten steigen auf die Rathaustreppe. Umjubelt von den Zuschauern halten sie ihre Reden und verkünden das Motto der diesjährigen Session. Das Motto für unsere Session. Elfenfeen und Treugesang, Fantasien im Narrenland. Meine Prinzessin Franzi sollen wir nicht vergessen. Denn alle guten Feen müssen sich an ihr messen. Wir führen Regentschaft in diesen Zeiten und wollen uns allen viel Spaß bereiten. Mit klugen Reden und wildem Tanz begeistern wir auch den letzten Hans. BKV! Helao! BKV! Helao! BKV! Helao! Bis Aschermittwoch regieren wir die Faschingszeit und sind zu jedem Schabernack bereit. Zum Kinderfasching laden wir euch herzlich ein. Am 11.02. solltet ihr ein Sportforum bekommen sein. Das wird eine tolle Zeit und wir werden euch begleiten und zum Lachen, Tanzen und Feiern verleiten. In diesem Sinne, nach Tradition und Sitz, treten wir heute in eure Mitte und rufen euch zu. Ihr wisst es genau, ein Reifachsang ist BKV. Helao! Helao! Beim Auffangen der Süßigkeiten erhalten die Regenschirme dann schon einmal eine andere Funktion. Zum Abschluss der Zeremonie wird das Prinzenpaar des vergangenen Jahres auf die Rathaustreppe gebeten. Frank Wermut fragt sie vor allen versammelten Narren, ob sie die Ehe eingehen wollen. Lieber Marco, möchtest du den hier anbietenden Roland zu deinem Ehepartner nehmen, ihn lieben und ehren? Du antworte bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Nach zweites Amtes erkläre ich euch heute hiermit zu einem Ehepaar. Und ich glaube, das ist ein Grund, wir werden jetzt mit dem Bürgermeister das Fass ansticheln. Das Schöne ist, wir dürfen seit dem 1. Oktober. Und wir haben uns gedacht, warum machen wir das nicht am 11.11.? Das ist ein wunderbarer Anlass. Und deshalb haben wir uns für den heutigen Tag entschieden. Außerdem hatten wir im letzten Jahr so viel Spaß. Jetzt wollten wir auch noch ein bisschen was zurückgeben. Und herzlichen Dank an die Kollegen vom Karnevalsverein sagen, die uns sehr, sehr nett aufgenommen haben. Und schauen wir mal, was wird. Genau so sieht es aus, richtig. Einfach nur Freude haben und man hat keine negativen Erfahrungen gemacht, nur positive. Spaß haben, Spaß haben ist das Wichtigste. Sonst wären wir ja in den Briefmarkenverein gegangen. 16 Jahre kennen wir uns, 13 Jahre sind wir verpartnerschaftlich und heute gehen wir die Ehe ein. Weil wir ein altes Ehepaar werden möchten. Aber so ein altes Lebenspartnerschaftspaar klingt doof. Das vor dem Rathaus abgegebene Versprechen hat allerdings noch keine rechtliche Grundlage. Diese wird erst im Trauzimmer durch einen entsprechenden Amtsakt, auf Wunsch der beiden vom Bürgermeister persönlich durchgeführt, bekräftigt. Es ist die erste Ehe eines gleichgeschlechtlichen Paares in Blankenburg. Roland Vogelei und Marco Voizek-Vogelei lernten sich vor 16 Jahren kennen und leben seit 2004 in einer anerkannten Partnerschaft. Dass sie 2016 ein Prinzenpaar beim BKV wurden, entstand aus einer Bierlaune heraus. Nun wollen die beiden auch Ehepartner werden. Bürgermeister Heiko Breithaub traut die beiden. Im Kreis ihrer Freunde und Verwandten wird der Bund der Ehe besiegelt. Der Karnevalsclub, dem die beiden seit über einem Jahr angehören, hat sich natürlich auch so einige kleine Hindernisse ausgedacht, bevor sie alle gemeinsam die neue Jahreszeit und das neue Ehepaar feiern. Jetzt Tickets sichern für die Jahresabschlusskonzerte des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode. Lassen Sie das Jahr 2017 mit einem musikalischen Feuerwerk zu Ende gehen. Gemeinsam mit seinem Ensemble sorgt Musikdirektor Christian Fitzner mit der Sopranistin Anja Käsmacher für ein unvergessliches Jahresende. Tickets für die Konzerte am 30. und 31. Dezember erhalten Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Toxa Prevent Pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Ahoniabeere, Weißdorn oder Ingwer. Zwei in eins für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei. Knobi Vital – der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeitssicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RFA-Teletext ab Seite 301. Beliebter Business-Kombi neu aufgelegt. Der Insignia Sportstourer im ADAC-Auto-Test. Der Opel Insignia Sportstourer hat sich seit seiner Markteinführung von neun Jahren zu einem beliebten Business-Kombi auf deutschen Straßen gemausert. Nun steht die Neuauflage bei den Händlern und wir wollen wissen, ob er auch abseits der Autobahn eine gute Figur macht. Eleganter und flacher wirkt der Insignia Sportstourer B, wie der Opel intern genannt wird. Vor allem das Heck ist nun breiter und läuft nicht mehr so schmal zu. Besonders markant ist die durchgezogene Chromleiste, die von der Windschutzscheibe bis zu den Rückleuchten führt. Der lange Überhang des Hecks ist charakteristisch für den Opel-Kombi. Unser Testwagen wird vom nur 1,6 Liter großen 136 PS Diesel angetrieben. Der Vierzylinder liefert immerhin ein maximales Drehmoment von 320 Newtonmetern. Der Turbodiesel reicht tatsächlich für flottes Dahingleiten, auch auf der Autobahn. Der Motor läuft grundsätzlich recht zurückhaltend. Wenn man ihn aber fordert, dann wird er ziemlich knurrig. Die sonstigen Fahrgeräusche hält der Insignia gekonnt von den Insassen fern, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Das manuelle Sechsganggetriebe ist gut abgestimmt und lässt sich prima schalten. Man vermutet es bereits von außen, der neue Insignia Sportstourer bietet reichlich Platz im Innenraum und will seinem schärfsten Konkurrenten, dem VW Passat, ordentlich Paroli bieten. Zwischen 460 und 870 Liter fasst der Stauraum. Das ist reichlich und auch genug für Familien. Über eine gute Serienausstattung und eine saubere Verarbeitung verfügt der Rüsselsheimer ebenso. Opel kann hier seinen Ansprüchen gerecht werden. Die Smartphone-Anbindung klappt genauso gut, wie die Bedienung der vielenteils optionalen Assistenzsysteme, die für ein hohes Sicherheitsniveau sorgen. Auf einem angemessen niedrigen Niveau konnte der Verbrauch gehalten werden. Im Eco-Test kommt er im Schnitt mit 5,3 Liter Diesel pro 100 Kilometer aus. Damit verbunden ist eine CO2-Bilanz von 168 Gramm pro Kilometer. Da Opel beim kleineren Diesel mit 1,6 Liter Hubraum nur auf einen NOx-Speichercut setzt, werden die Stickoxide im Alltag nicht ausreichend umgewandelt. Die zu hohen Emissionen führen zum Punktabzug, sodass es am Ende leider nur für einen von 5 Sternen im ADAC Eco-Test reicht. Bei knapp 30.000 Euro beginnen die Preise für den neuen Insignia Sport Tourer mit dem 1,6 Liter Turbodiesel. Ein selbstbewusster Preis, denn auch die Konkurrenz liegt in diesem Bereich. Der Insignia muss also mit seinen Qualitäten überzeugen. Und hier hat er durchaus einiges zu bieten. Zum Beispiel seine Assistenzsysteme, seine sehr guten Sitze oder auch das vollwertige Head-Up-Display. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Im nächsten Literaturgespräch bei Gleim am Donnerstag um 15 Uhr im Gleimhaus geben die Inhaberinnen der Halberstädter Buchhandlung Schönherr interessante Buchempfehlungen. Vielleicht sind bei diesen Tipps auch Anregungen für den eigenen Wunschzettel dabei. Der Eintritt ist frei. Bereits zum 14. Mal ist der bundesweite Vorlesetag. Am Freitag, den 17. November, lesen in ganz Deutschland wieder zahlreiche Bücherfreunde aus ihren Lieblingsbüchern vor. Kinder und Erwachsene können an diesem Tag von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Kreisbibliothek Harz ein kleines Vorlesefest erleben. Die gemeinnützige Organisation Roundtable sammelt jedes Jahr Weihnachtspäckchen und bringt diese ehrenamtlich und persönlich zu bedürftigen Kindern. Auch in diesem Jahr möchte der Roundtable Wernigerode wieder Familien, Kindergartengruppen und Schulklassen dazu aufrufen, kleine Päckchen mit Kleidung, Spielzeug und Süßigkeiten zu packen. Jeder, der mitmachen möchte, kann sein Päckchen bis zum 18. November im Müllers Minimarkt, Zaunwiese 67, in Wernigerode abgeben. Darüber hinaus wird gebeten, auf dem Päckchen zu vermerken, ob es für ein Mädchen oder für einen Jungen gedacht ist. Weitere Informationen finden Sie online unter www.weihnachtspäckchenkonvoi.de Tierisches heißt die diesjährige Jahresausstellung des Fotoclub Ilsenburg. Viel Neues wurde probiert und Bewertes wurde vervollkommnet. Gezeigt werden nun Motive, so wie man sie wohl auch ländläufig unter diesem Titel erwartet. Die aktuelle Ausstellung ist noch bis zum 26. November im großen Schloss Blankenburg zu sehen. RfH zeigt, was den Herz bewegt. RfH – einfach näher dran. Letztes Jahr habe ich Wochen gebraucht, um für alle die perfekten Geschenke zu besorgen. Und wisst ihr, was ich bekommen habe? Einen Pimmelbären und Plüschhandschellen. Das geht ja gar nicht. Rosa Plüschhandschellen. Die Bad Moms sind zurück. In Bad Moms 2, der Fortsetzung der Erfolgskomödie von 2016, stellen sich die drei dauergestressten Mütter der ultimativen Herausforderung. Weihnachten. Eine Zeit mit Familie und Freunden, die man kaum erwarten kann. Aber kennt ihr auch das Geheimnis, das hinter Weihnachten steckt? Alle Jahre wieder. Jeder kennt diesen Wahnsinn an Weihnachten, mit den ganzen Vorbereitungen und dem Erwartungsdruck. Es sind Mütter. Mütter, die sich den Arsch aufreißen beim Kochen, Geschenke verpacken, dekorieren und einkaufen. Fuck. Oh, Kacke. Bin ich eigentlich die Einzige, die Weihnachten total stresst? Wir haben nach Bad Moms überlegt, wovon eine Fortsetzung.